Die letzte Schlacht steht bevor und zur Motivation habe ich knusprige Hähnchenbrustfilets verteilt unter meiner Neutchen von Let's Play, Fire Emblemacht, The Sacred Stones. Der böse Königfürst der Hölle, geh mal weg damit, ist herangebrochen, hat sich aus dem Körper des Lion hindurch gebohrt. Und jetzt versuchen wir ihn zu bohren. Aber wir werden dabei ein bisschen Federn lassen müssen, habe ich die Befürchtung, weil jetzt wird wahrscheinlich die Furchtbar, die Schlimmste aller Zeiten anbrechen. Und ich werde von Mr. Looney, Mr. Looney-Claudi, einen Tipp beherzigen. So, wir gehen jetzt mal da lang. Wir müssen jetzt die strammen Waden, Männer und Männer, vor allem. Nein, ich wollte nicht warten, verdammt. Ja, ja, die Schwachen müssen zu Hause hinten bleiben, um die Nachhut zu sichern, während die Starken nach vorne stürmen, um im Tausenden Gebrüll und Getose des Feindes Lebenspunkte gen Null zu treiben. Teleport brauchen wir nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob hier meine, ja, Zipfelverschießerin hier hinten, äh, irgendwie was Gutes tut gegen den Typen. Aber wir müssen uns erstmal langsam vortasten. Wo kommen die Erd? Sie werden vom Planet der Fensternis gebeamt, weil Riddick sie alle rausgeschmissen hatte, indem er sie in den Hintern trat. Okay, das macht die Situation schon ein bisschen kakalöser. Die Frage ist, ruft er jede Runde diese Banausen hinzu oder nicht? Deswegen, wir gucken uns den Scheiß erstmal an. Schade, dass ich... Ach egal, sie haben mächtig viele Lebenspunkte, aber wir versuchen sie erstmal hier aus dem Weg zu sprengen. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass in einem... Ja, wir machen unserem Gegner Angst. Sehr viel Angst. Die Frage ist, ich werde eine starke Einheit wie Eirika aber dazu benutzen, um herauszufinden... Ähm, nee, eine andere, stärkere Einheit, weil das ist, äh, sinnvoller für mich. Aber zuerst werden wir gucken, was tauschen mit der Geri. Der Geri, der kriegt jetzt Atulma, war das, glaube ich. Weil Luniklott sagte mir, dass starke Superwaffen bei starken Superkriegern wesentlich stärker sind als an anderer Stelle. Und deswegen... Ich kann ja mal gucken, was das hier bringt. Mit Adlhuma. Okay. Wir würden... Ja, wissen nicht, wie viele Lebenspunkte er hat. Er macht viel, viel Schaden. Und wir machen viel verkehrt. Oder sowas. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ähm... Ja, es ist schwierig, was zu sagen, wenn ich nicht weiß, wie viele Lebenspunkte der Knabe hat. Leck mir, lecko mio. Ähm... So, okay, dann... Wir machen das dann mal folgendermaßen. Oh, eine Hellebade. Das war gut gegen Infanterie, oder? Und da sagt der Luniklott, der wäre besser gewesen, wenn du die starken Lanzen trägst von deiner Infanterie in der Truppe behalten hättest. Aber die haben... Wir sind auch noch gut ausgestattet gegen verschiedene Einheiten-Typen. Da sollte ich vielleicht mal gucken, was die tatsächlich für Waffen haben. Eine Hellebade. Langbogen. Nein. Ich sag nicht das, was ich gerade auf dem Mund hatte. Ähm... Ihr wisst schon. Oh Gott, die haben... Die haben alle... Oh, meine Güte. Die haben Schnitt da. Die haben Panzersperre. Dann... Ist die Momentum. Aber bin ich am Einflussbereich von bösem Unhold? Ja, das bin ich. Ähm... Vielleicht... Ah, aber weg damit. So, wenn ich jetzt aber hierhin und mit dem Spare attackiere, dann bringt das mich ganz so fährregende Mann da. Wenn ich mit der Stahlanze komme, dann... Krieg ich nicht Tor. Mit der Meisterlanze sind die Chancen wesentlich besser. Ich möchte nicht, dass sie auf meine Arme und Liebe und zärtliche Amelia zugehen, weil die ist doch bestimmt... Sie zählt doch bestimmt als Panzerfrau. Ruffel, kommt doch... Ruffel, 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 ruffel. Wohl, wenn es denn jetzt habe ich mal Schwein gehabt damit. Und... Ähm... Ja, jetzt bin ich am Überlegen. Nein, das ist nicht genug Stärke. Und deswegen sind diese primär schadensverursachenden Attribute auch so wichtig. Verdammt, der Typ kann sich schnetzeln. Ähm... Ja... Ich gehe mit dem Gerig mal vor. Und der wird das Silberschwertchen mal benutzen. Ja, das ist... Das zählt dagegen. Und dann lasse ich die anderen mal kommen. Und dann werde ich mal... Obwohl ich könnte die ja alle quasi etwas nach vorne stellen, dann bin ich mit besserer Reichweite ausgesegnet und könnte versuchen mit einem... In einer Runde meine starken Einheiten so weit nach vorne zu bringen, dass sie denn auch den Typen kaputt kriegen. Vielleicht. Ich weiß nur nicht genau, wie stark er ist. Ich habe gesehen, wie das er relativ stark ist, aber mehr weiß ich dann auch nicht. Und... Ja, wir müssen ja nicht... Wir müssen nur gucken, dass wir hier alle... Komm, ähm... Einigermaßen hier sinnvoll verteilen, möchte ich mal sagen. Okay, dann kannst du hier auch nochmal ein Stück nach vorne gehen, damit meine Fernkämpferlies und so weiter hier einigermaßen auch noch geschützt sind. Und nur für den Fall der Fälle kommst du mal mit nach vorne. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob noch... Oh, er kommt tatsächlich nach vorne. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Druck auf der Blase. Das ist jetzt nicht wahr. Das ist... Nein! Der hat alle eingeschläfert. Das darf nicht wahr sein. Woher soll ich das wissen? Woher soll ich wissen, dass er das kann? Das ist... Ach so, sie können deswegen nicht zurückhauen. Das ist ja noch... Oh mein Gott, da kommt der Panzerspehr. Ich meine, es macht keinen Sinn, sie pennen und weichen aus. Sie träumen wahrscheinlich, dass sie angegriffen werden. Und... Oh, wenigstens wird der Panzerspehr ja hier nicht als wohl... Und selbst dann erweicht aus, er nimmt sogar seinen Scheiß. Schält in die richtige Richtung. Und jetzt bin ich dran. Und kann... Ich kann nichts tun. Ich kann nichts tun. Es ist unglaublich. Ähm. Ja. Das ist mal richtig scheiße, möchte ich mal sagen. Ach du liebe Güte. Ach du liebe Güte. Ich kann jetzt noch mal gucken, dass ich den Typen da irgendwie mal weghau. Oder zumindest macht das Ding nur noch Schaden, damit ich ihn weghau kann. Das wäre jetzt das Tollste gewesen, wenn sie jetzt hätte es nicht geschafft auszuweichen, wo sie die Einzige ist, die nicht pennt. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er das nicht jede Runde macht und meine Leute langsamer wieder aufwachen. Aber hat sie 20 Stärke. Ich weiß gar nicht, was das scheiß Problem ist. Doch, weiß ich. Ähm. Moment. Wir machen das jetzt ganz mit göttlichem Einwirken. Genau. Der muss weg. Äh, der muss... Fuck. Scheiße. Okay. Ich habe jetzt gerade die Hoffscheiben. Gleich ist das. Das Level ab war Müll. Äh, Müll. Moment. Wir haben einen Langbogen. Und wir können damit zwar mal zuschießen. Das ist gut. Dann kriege ich ihn auch noch platt. Und habe eine Sekundärfähigkeit eingesetzt, wo ich keine Ahnung mehr davon habe, was sie denn einfach bringt. Yay. So, und jetzt dürfte er wieder aufwachen. Ich hätte mit Amelia doch dieses Ding nehmen sollen, was irgendwie massenhaft alles wieder auf voll heilt. Und ich kann nichts machen. Ich kann nicht ausrauben. Es ist definitiv nicht ausreichend. Ich vermute, dass er dreistellige Lebenspunkte hat. Ansonsten würde das keinen Sinn machen. Ich kann nur warten. Ich kann nur warten, was er jetzt tut. Oh, das ist doch eine Spinne. Die habe ich nicht gesehen, weil der Penner da hinten... Oh, ist der riesig. Ich bin... Renak ist tot. Danke. Okay. Na toll, das hat mir gerade noch gefehlt. Leck mich. Als werde ich jetzt aufhören. Meine Fresse. Oh, ich hoffe, wenn ich nochmal neu anfangen muss, muss ich die ganze Mission nicht nochmal spielen. Wann? Das ist aber wirklich ein Arschfick. Och, ich schläfe einfach mal da. Alle einen, die was können. Aha. Ha. Vielleicht hätte ich mir mal angucken sollen, was der für Fähigkeiten hat. Das wäre vielleicht auch mal eine Maßnahme gewesen. Oh. Und wie lange... Okay, dämonenlich verfügt er alles vernichtet, was er berührt. Ja, das ist schön. Ein schrecklicher Schlag, der alles vergehen lässt. Das ist doch besser. Ja, und ich sehe noch nicht mal, was es tut. Also, was soll ich denn hier bitteschön an... ausrechnen oder sonst irgendwas? Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Und ich sehe auch nicht, dass ich so scheißfähig... Ich lasse alles einschlafen. Ha, ha, ha. Ihr seid alle im Arsch. Ihr seid alle im Arsch. Tralali, tralala. Ihr seid so alle im Arsch. Wacht auf, ihr Penner. Ihr Missgestalten. Ihr Wurstbräter. Tofu-Wurstbräter. Och, nee. Das darf nicht warten. Nee, wurscht. Moment mal. Du bist noch unter... Jo, du kannst... Du kannst... Du kannst du... Du kannst es vergessen. Ähm, okay. Folgende Maßnahme. Ja. Ich, äh... könnte jetzt über die Versorgung... Dicke... Ver... Oh nein! Das ist nicht wahr! Ich kann gar nichts! Scheiß die Wand an! Äh, Item... Können wir das wegschmeißen? Ja, komm, schmeiß weg! Und dann... Können wir noch... Wir können noch laufen! Das ist gut, okay. Dann können wir jetzt, ähm... In die Versorgungskiste greifen... Und nehmen uns heraus... Dieses... Was war dieses Superteil? Latona? Alle erzählen, ich sterb ja. Ja, das muss es gewesen sein. Latona, jippa, jippie, jay! Und wir benutzen... Oh, wir können uns direkt einsetzen! Yeah! Hätte ich das mal vorher gewusst! Scheißdreck! Verdammt, ich hätte Renac retten können! Und es sieht... Einigermaßen gut aus! Okay! Jetzt ist die Zeit, um zurückzuschlagen! Hammer genannt! Ähm... Ja, ich muss es ja irgendwie tun, oder? 32... 74... Ich würde 31 Schaden machen? Uff, Zala! Ja, wir müssen irgendwas tun! Ja, bin ich! Und mir geht's gut! Hahaha! Und jetzt ist mein Glück gemalt! Jetzt ist mein Glück gemalt! Ich habe immer noch Glück! Ich bin halt ein Stück! Lalalala! Äh... Der ist so fett, der müsste sich ja von hier aus angreifen können mit Nahkampfwaffen! Aber nein! Natürlich darf ich das nicht! Lalalalalala! Du bist, glaube ich, aber stärker mit dem Sigmund! Jawohl! Ja! Moment, wenn die Eureka neben dir steht... Dann geht das vielleicht besser, weil... Davon kann ich ja auch eh nicht angreifen! So! Okay, jetzt kommt der Sigmund da! Nein! Ich kann ohne Unterstützungsgespräch da! Oh, meine Güte! Äh... Äh... Ist das! Der Sigmund kommt jetzt dazu! Und haut dich blutig im Nut! Lala! Habt ihr gesehen, wie toll seine Zähne glänzen? Okay, 33 Schaden! Da fängt... Äh... Der Widerstand mal wieder an! Ich hoffe, ich kann zumindest... Blah, 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 blah... Ähm... Ja, passiert, nicht wahr? Oh, cool! Das... Moment mal! 54! Das heißt, wir haben 66 Schaden gemacht! Das bedeutet... Das sind 60... Was hab ich? 56! Nee, Quatsch! 66! Moment! Dann hat er ja 120 Lebenspunkter! Ja, und damit kann ich rechnen! Das ist gut! Das ist in Ordnung! Damit kann man was machen! Und die Waldi... Da stirbt ihr von! Und du... Mit Excalibur! Könntest du noch... Moment mal! Moment mal! Es ist... Ich weiß nicht! Ich kann noch mal unterstützen! Moment, wir haben den Nithöger! Und das würde sie überleben! Ähm... Ja, das ist jetzt... Moment... Wir müssen alles aufbieten, was wir zu... Was wir machen können! Außerdem kannst du ja vielleicht sogar ausweichen! Ja, ha! Und du kannst sogar treffen! A baby! Und nun... Ist die Frage... 34... Pfff... Oh Gott! Bei zwei Lebenspunkten sind nur noch die Zehennägel in ihren Stiefeln übrig! Okay! Nein! Doch! Ja! Yay! Excalibur! Bringt nichts! Fuck! Doch, Moment mal! Ich kann noch mal... Sie wollen es überleben! Okay! Ich muss jetzt alle registrieren und hoffen, dass ich es treffe! Komm, Baby! Komm, Baby! Komm! Gib ihm deine Eier! Schmeiß die harten Schalen auf seinen fetten Wanz! Hättet ihr mal Schwein haben können mit den Kritzen! Ja, Renak! Du warst ein guter Kamerad, solange wir dich gebraucht haben! Jetzt ist mir nur... Boah, Mann! Ich denke immer, das wird nichts der aller zwei Lebenspunkte! Ja! Da können sich jetzt noch die Zehennägel eines anderen Fußes drauf... Genug tödlich tun, tulli, 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 tulli... So, ich muss gerade mal gucken! Viel hat er ja selber nicht mehr! Kann ich mit dem Schwer? Nein! Ich kann mit... So viel... Das ist für mich schlecht designed! Wenn wirklich einfach nur bei einem Gegner... Ach, der hat so hohe Verteidigungskraft, dass im Grunde alle Einheiten, die wenig... Also von... 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 Rechts wegen her nur sehr wenig an Zuwachs haben, an Stärke, dass sie gefickt sind! Das tut mir leid, aber das ist kacke! Ja! Ja! Triff! Egal, was du tust! Aber triff! Mach es! Wobei, ich... Wenn ich jetzt nicht treffe, ich... Ich weiß nicht, was ich... Ich würde halt meinen Liebsten... Liebe Leute, ich habe alles versucht und ich konnte, um aus dieser Situation noch irgendwie rauszukommen. Ich hätte absolut nicht damit gerechnet. Ich lebe... Ach ja, stimmt, er hat zwei Angriffe... Ach, das... Stimmt, das war eine Gründe, deswegen ich nicht überlebe. Ja! Das war's dann! Ich hoffe, ich muss diese... Ganze Mission nicht nochmal von vorne machen, sondern nur... Der Rest liegt bei euch! Ich bin am Arsch! Ich bin so kaputt! Und meine Güte! Ich muss sie neu starten! Was? Wieso macht man so eine Scheiße? Das darf nicht wahr sein! Nein! 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 Gott im Himmel! Ah! Okay, nochmal von vorn! Alles klar, der Zufallsgenerator wird beibehalten! Macht Sinn! Okay, dann... Kapitel neu starten! Da hat nichts anderes übrig! Ihr müsst die ganze Scheiße nochmal machen! Ja, ich darf die ganze Scheiße nochmal machen! Ich glaube es nicht! Ja, ich darf die Scheiße nochmal machen! Ich glaube es nicht! Zu tehn'in, nie in, la testa mia, von mine, Zu tehn'in, nie in, la testa mia. Yaaahhhh 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 Nach einer langen Ewigkeit bin ich wieder da und könnt kotzen. Aber zumindest weiß ich Bescheid. Was ich auch kacke finde ist, ich kann hier nicht auswählen danach, wie hier meine Leute starten sollen. Was für ein Humbug. Aber okay, wenn ich das richtig eben interpretiert habe, Ru ist das eine Aktion von ihm, wenn er Monster ruft und wird deswegen nicht angreifen. Deswegen will ich mit meinen Einheiten so nah wie möglich ran, mehr da bin ich ja direkt. In der Hoffnung, dass er wirklich nicht angreift. Und diesmal weiß ich, dass ich unterstützen kann. Nur noch ein wenig länger. Ja. Ja, du könntest recht haben. Schon bald mag der Kampf ein Ende finden. Oh, wie recht ihr habt. Wir werden das Böse in diesem Land bezwingen und es wieder in die Hände der Menschen geben. Und dann wird René wieder in alter Pracht erstrahlen. Ja. Du wirst zum König von René gekrönt werden und ich werde dir helfen, unser Land wieder aufzubauen. Wir werden es zu einem glücklichen und wohlhabenden Land machen, frei von jeglichem Konflikt. So, wie wir drei es einst erträumt haben. Wir drei. Leon war hier mit uns, nicht wahr? Wir drei hatten so viele große Ideen für die Zukunft unserer Länder. Ja. Wir haben über so vieles gesprochen. Aber Leon. Ach. Bruder. Bruder. Bitte versprich mir, dass du mich niemals allein lassen wirst. Bitte. Versprich es. Aber natürlich, niemals würde ich dich allein lassen mit diesem Leon in einem Bett. Wie kommst du nur darauf, dass ich so etwas jemals tun könnte? Bruder. Ich weiß besser als jeder andere, wie du dich fühlst, teure Schwester, wenn du rollig bist. Schon seit dem Tag unserer Geburt, nein, selbst zuvor, waren wir beide immer zusammen. Schnullz. Schnullz. Und zusammen werden wir für immer bleiben. Ja, lieber Bruder. Yay. Hoffentlich zumindest. Okay. Ja, dann alles nach vorne. Ohne die Monstersägen und so weiter. Können nicht angreifen. Das, was ich vorhabe, ist eine Sache. Nämlich versuchen, in einem Zug so viel wie möglich zu überwinden, zu schaffen. Ihr wisst, was ich meine. Die, die fragil sind, zum Schluss agieren lassen. Die, die nicht fragil sind, nicht ganz zum Schluss agieren lassen. Moment. Moment. Nein. Ich hätte gerne den Garmträger jetzt dann doch weiter nach vorne teleportiert. Aber nein. Natürlich nicht. Ich bin gespannt, wo sich die blöden Monster hin teleportieren. Weil sie keinen Platz... Geh du dahin. Keinen Platz mehr haben. Wo hat die Gelbsucht, so wie er guckt. Ich hoffe, die Viecher teleportieren sich jetzt nicht genau in meine... In meinen... In den Weg. Aber er... Zumindest greift er noch nicht an. Noch... Nein. Immer noch nicht. Nein. Nein. Ha... 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 Ich muss mit allem draufhauen, was geht. Und mit allem, was irgendwie nicht äh... Zwangsläufig stirbt mit einem... Zug. Oh cool. Es hat getroffen. Yay. Das sind 21 Schaden von... Oh, ein Lebenspunkt noch übrig. Aber sie kriegt Level-Ups. Yay! Ähm, schade, dass sie das... Ach, ist ja auch egal. Level-Ups werde ich, glaube ich, für den Zusammenschnitt jetzt nicht unbedingt zeigen. Okay, also, 21... Oh, das... Moment mal. KP 99 von... Hä? Gibt das Sinn? Nee, nicht wirklich. Äh. Oh, Moment. Ach, oho. Ach so, das kann er nur ein einziges Mal einsetzen. Ah, okay, ich hätte doch vorher mal nachgucken sollen, glaube ich. Also, wenn er wirklich 160 hat, dann hat er jetzt noch... ...hundert... ...neun... ...neunzehn. Äh, 100... Nee, Moment. 160. Nee, 100... Nee, Quatsch. 100... Nee, 120. Stimmt, da passt es. Genau. 120 hat er der. 60 plus 60. Ja, genau. 120, 99 noch. Yay. Kriegen wir ihn platt? Da kriegen wir ihn nicht platt. Der Sigmund würde auf jeden Fall sehr viel Schaden machen. Und er ist scheinbar in dieser Form irgendwie schwächer, als Lyon es war. Okay, Ephraim. Gib es ihm. Strecke er ihn nieder. Ja, vielleicht ist es einfach der Fehler gewesen, den ich gemacht habe. Sprich, ich bin nicht... Ich bin... Ich hatte zu viel Respekt vor ihm und bin nicht direkt auf ihn losgegangen. Und, äh, kriege das jetzt dann vielleicht sogar hin. 37 Lebenspunkte hat der Armleuchter noch. Und vielleicht kann sogar, wenn er schwächer ist, als jemals... Achso, daneben. Okay. Ja. Die Sache ist eindeutig gegessen. Eureka hat genug Lebenspunkte durch die Level-Ups. Ich kriege ihn tot. Lyon, leih mir deine Kraft. Äh, besser nicht. Obwohl... Ja, er war stärker. Ja, zumindest gegenüber A-Frame war er stärker. Gegenüber Eureka, glaube ich. Hält sich das in etwa die Waage. Meine Güte, das ist ganz einfach, wäre es gewesen, wenn ich direkt all-out gegangen wäre. Aber man weiß es ja nicht. Und das macht Ultima Weapon hernieder. Doch ist damit alles gegessen? Oder haben wir jetzt das Ende zu feiern? Das erfahren wir wahrscheinlich im Finale von Let's Play Fire Emblem 8 The Sacred Stones. Bis dann. Ciao. Ciao.